Ist der... Ja. Da sind 30 Bildschirms. Jetzt reicht gut, vorstelle so. Slamme, ne? E-Mail dann hier raus. Falsch! Oh, ne. Das ist da, ne? Der Lift ist hier. Warte mal. Das ist doch... Oh, ja. Da war ich doch. Ja, genau, Leute. Hier bin ich rausgekommen. Ah, ich weiß, wo ich bin. Das ist schön, wenn man sich orientieren kann. Stimmt. Denn da muss ich schreien. Ich bin quasi so eine Runde gelaufen jetzt und bin jetzt da, wo ich hin muss. Wo ist das Knöpfchen? Hier. Die immer so genervt, so Bats. Ob der eine Knöpfle trägt. Woa. Woa. Äh, ist der... Willkommen in der Gruppe, ma'am. Marshal ist gleich da hinten. Oh, mein Gott. Die sind nett. Die sind auf meiner Seite. I love them. Oh, mein Gott. Das tut so gut, die zu sehen. Und die sind lieb und nett und gut zu mir. Äh. Zuerst. Aber... Mach ich das. Zuerst nehme ich den Kunden. Huh. Ja, warum muss ich denn da... Ach, ich muss da rein. Ah, jetzt weiß ich auch, wie ich da oben hinkomme. Guck mal. Da unten war ich nämlich überall. Ja. Ja. Nein, ich komme hier nämlich auch nirgends runter in der Hinsicht. Im Glückslabor. Gleich da hinten. Im Glückslabor. Bis sich das anhört. Da sind 30 Bildschirms. Glück und Wahrscheinlichkeit. Wo ist die denn? Oh, guck mal. Da sitzt so eine Kitty Cat. Oh. Oh, guck mal. Das ist so ein witziges Random. Oh, mein Gott. Die sind einfach fertig, die Leute. Oh, Kopierer. Diese Details sind halt auch einfach... Oh, mein Gott. Die sind so fertig. Was haben wir denn hier? Was ist... Ich mach dir mir schon Sorgen. Was hab ich denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Ich such gerade halt auch Dinge, die ich vielleicht mitnehmen kann. Ah, da hinten. Ne, aber da liegen keine Akten. Doch, hier ist was. Warte mal. Ich verstehe es. Das Glückslabor. Da hinten, diese japanische Katze soll Glück bringen. Hier hinten, dieses kleine Ding, was ich gerade angetatscht habe. Das war wahrscheinlich, ähm... Hier, vier plättrigke Kleeplätter. Das Wort ist ein Zungenbrecher. Und hier ist ein, äh... Hufeisen. Oh, nein. Nein, dann mach es wieder anders. Mach es wieder anders. Oh, Gott. Ja, Mann, und nein. Ich hoffe, ich hab jetzt kein Unheil angerichtet. Weil da unten bringt halt das Hufeisen kein Glück. Und das ist das Glückslabor. Was mach ich? Ich drehe es erst mal nach unten. Supi. Gut gemacht, Deva. Was? Im Glückslabor werden happy people gezichtet. Ja, man fragt sich mit was. Okay, auf diese Diskussion gehen wir hier nicht näher ein. Wir wissen, glaub alle, was man meint. Gratulation zu Ihrer Ernennung, Direktorin Faden. Helen Marshall, Einsatzleiterin der Behörde. Zachariah ist also tot. Sie haben wohl seine Waffe gefunden. Nennen Sie mich Jessie. Trench sagt, ich soll sie finden. Sie könnten helfen. Und er sagt Ihnen das über die Hotline. Macht Sinn. All dem bleibt sie so rum. Herr Kleeplast. So ist die Lage. Darling hat die HRV in einem Labor in der Nähe gemacht. Wenn wir überleben wollen, brauchen wir mehr davon. Aber meine Ranger können das Labor nicht allein verteidigen. Nicht gegen diese Dinger. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Zumindest scheint sie zu wissen, was hier vor sich geht. Sie könnte auch von denen wissen. Ich kann das zwischenvertreiben. Ich bin Ihre Feuerkraft. Eine gute Antwort. Testet sie mich? Darling hat Systeme zum Schutz seiner Labore. Damit sollten Sie daran vorbeikommen. Wir reden weiter, wenn Sie das Zischen beseitigt haben. Ranger, lasst sie durch. Nein, mein Gott. Wir müssen die Tür hinter Ihnen schließen. Sorry, aber wir können nichts riskieren. Hm. Yo. Irgendwas mit hier in den Gang runter. Die Dinger sollen Seelen stehlen. Und dann dir einer. Keine Sorry. Die ist bereits weg, so lange du hier arbeitest. Das war gut, Leute. Das war echt witzig. Warte mal. Haben ich nicht hier irgendwo meine Zugangsberechtigung? Ah, hier Multimedia. Das brauchen wir uns nicht alles. Rind zu ziehen. Schriftverkehr. Was haben wir denn hier? Moment. Sehr geehrter Herr Dr. Darling, ich nehme an, dass sie meine Kollegin Dr. Harrington bereits wegen einer Erhöhung des Abteilungsbudgets kontaktiert hat. Das würde mich nicht überraschen. Parapsychologie war schon immer das schwächste Glied in der Kette, viel Brimburium, aber keine Ergebnisse. Parakinesiologie ist dagegen schon immer die stärkere Abteilung gewesen. Mehr Durchbrüche, konkretere Daten, verwendbare Forschung. Ich bin mir sicher, dass ein hochgeschätzter Mann wie Sie mit Leichtigkeit sieht, welche Abteilung die Budgeterhöhung verdient. Denken Sie nur, was die zusätzlichen Ressourcen in einem bereits formidablen Forschungsteam für Wunder wirken könnten. Sei es wie es sei. Mir ist bekannt, dass Sie Single Malt Whisky zuschätzen müssen. Also habe ich Ihnen eine Flasche auf den Schreibtisch gestellt mit großer Bewunderung. Dr. Abraham Lewis. Boah, ist das ein Pokriecher. Boah, ey, das ist ja schlimm. Bäh. Okay. Nadine, senden Sie dies an die Forschungsabteilung zur Analyse betreffs meiner präkognitiven Kräfte. Hä? Whisky nehme ich auch gern ein. Ja, also da kannst du, glaube ich, meinem Mann auch den Hund geben. Der mag das auch. Ich mag das jetzt nicht so. Ich habe aber eklig gelesen. Und eilig, Dr. Darling, letzte Nacht hatte ich einen Traum. In dem Traum erhielt ich die Lösung zu einem Personalproblem, mit dem ich erst gestern konfrontiert wurde. Das Problem ist vertraulicher Natur und kann daher hier nicht näher ausgeführt werden. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich diese nützlichen Informationen durch eine unbestreitbare paranatürliche Methode erhalten habe. Ich kann nur zu dem Schluss kommen, dass ich außergewöhnliche präkognitive Fähigkeiten besitze und biete daher den Forschungsteams der Behörde meine Dienste an. Wir müssen meine Kräfte für das Allgemeinwohl nutzen. Unterzeichnet Mr. Francis Beltram. Okay. Was haben wir hier? Nicht verfügbar. AWE 18. Oder Slate. Was? Was? Slam? War ein Whisky? Oder Slate? Oder wie auch immer. Dein Mann halt. Ich kann mir gerade WC-Re echt gut vorstellen. Slam? Oder Slate? Ach, wie immer. Dein Mann halt. Mega. So, Details. Transkript eines Anrufs an den kalifornischen Notrufdienst. Oh. Notrufmitarbeiter. 911. 911, bitte sagen Sie mir, was passiert ist. Hallo? Hallo? Ich bin hier. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören, Ma'am. Wo sind Sie? Ich bin, ähm, ich bin in der Leitung. Ich habe mich verirrt. Ma'am, haben Sie heute Abend Alkohol zu sich genommen? Ich habe das Gefühl, dass ich durch die Leitung gezogen werde. Zu Ihnen. Bitte legen Sie nicht auf. Wenn Sie auflegen, bin ich vielleicht weg. Was meinen Sie mit weg, Ma'am? Weg. Fort. Raus. Okay, und können Sie Ihre Umgebung beschreiben? Unbekanntes Geräusch? Ma'am? Hallo? Ma'am? Anmerkung. Der Notrufmitarbeiter versuchte, die Nummer zurückzurufen, doch der Anschluss existierte nicht mehr. Damn, das ist schon creepy. Da kriegst du so einen Anruf so, jo, ja, hier, wie kann ich helfen? Ich stecke fest! Ich stecke hinter Leitung! Das ist schon creepy, wenn die da so reden, ne? E-Mail dann hier raus. Vor allem, wir machen die Tür direkt hinter mir zu. Warte mal, ich gehe mal nochmal hier schnell einen Kontrollpunkt. Ich möchte speichern. Bitte lass mich das tun. Ich hoffe, das ist jetzt so, dass ich jetzt gespeichert habe. Ach, ne. Ey, 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 ey. Ich gehe mal, ich gehe mal. Ja, ich seh, wie er das macht. Menschen. Ach. Ach, verdammt. Na, wo sind sie? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Wo sind sie denn? Yes! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist denn jetzt noch? Oh Ich hab's Ich hab's Mega 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 geil Na komm mach So Sehr schön Äh Oh Gott So oft wie ich verreckt bin, Leute Hab ich allein Oh nein Rest in peace, ihr Crewmitglieder Möchte ich da rein? Und dann? Ist da noch irgendwas? Ah, hier ist a shelter Oh, guck mal Guck, dass wir hier reingegangen sind Hier haben wir nämlich so'n Ding Und Eine Akte Dann hier Sicherforschung Das ist immer geil, wenn das weitergeht, Leute Die Pa... So, was haben wir hier? Feldforschung über Sicherwesen Paramutierte Agent Vertraulich, klar Zusammenfassung Die paramutierten Zischer Beherrschen nun paranatürliche Fähigkeiten Ähnlich die argumentierten Zischer Ja, sie können sich auch Telekinetisch mit Materialien aus der Umgebung abschirmen Und Gegenstände auf ihr Ziel schleudern Diese Wesen sind besonders zerstörerisch Ähm Und schwer zu töten Was möglicherweise auf eine größere innere Verstärkung Der Resonanz des Zischens hindeutet Ja gut, mit einer richtigen Waffe geht das ja relativ schnell Haben wir jetzt auch gesehen, ne? Warum zeigen bestimmte Zischer paranatürliche Fähigkeiten Während sich andere auf Feuerwaffen der Behörde verlassen? Haben bestimmte befallene Wesen weniger Potenzial Als die Wirtskörper von paramutierten Zischern? Oder ist es vielleicht ein Anzeichen einer Evolution Oder Reifung des Befalls Durch das Zischen? Gibt es noch andere Evolutionsphasen Die wir noch nicht gefunden haben? Was passiert, wenn das Zischen Einen Monat lang im Wirt vorhanden ist? Ein Jahr lang Verfallen die Wirte nach einer bestimmten Zeit Wird der Befall zu stark Sodass ein biologischer Organismus Es nicht mehr aushalten kann? Das wird nur die Zeit zeigen Und gut dokumentierte Beobachtungen Schön Initiative Vorschlag Die Grenzbereich Kinder Mit der jüngsten Ankunft der Offenbar sich unübersehbare Lücken Offenbaren In der Fähigkeit der Behörde Einen Jungen zu erziehen Es gibt für keine anderen Kinder zum Spielen Wahrscheinlich Ich soll erschreckende neue Konzepte lernen Lösung Benötigt eine langsame Kinderfreundliche Einführung In paranatürliche Themen Bestatten Sie mir einen Hinblick darauf Grenzbereich Kinder vorzustellen Es ist eine Fernsehsendung In der eine Truppe fröhlicher Marionetten Die Gefahren des Lebens In der Behörde erklären Aber auch die lustige Seite Des paranatürlichen zeigen Die lustige Seite Die Budgetanforderungen Wäre minimal Ich habe ein paar Marionetten Handwerkskurse Im örtlichen Gemeindezentrum gemacht Die Forschungsmitarbeiter Bauen die Kulissen Filmen Und sprechen sogar die Stimmen Das wird die Stimmung heben Und ich garantiere Dass Positiv auf diese Videos Reagieren wird Kinder vielleicht Wir können nicht erwarten Dass Einen Freude An Vorträgen Und Leuten In Labor Kitteln hat Aber wie das Fernsehen Seit Jahren Beweis lieben Kinder Marionetten Ah ja Alles klar Okay Gut Nein Wir reißen hier nichts raus Ich will es doch nur wieder Zumachen So Wo bin ich Wo bin ich Ich bin hier Ja Ich muss hier gerade aus Weiter Ich frage mich Ritual Office Oh no Ach so Ne ist ja schon Ach so das ist so nach unten Das geht nach unten Okay ne da möchte ich jetzt so nicht Und ich werde gerade aus weiter gehen Klar Ich wollte nur gucken Ob ich da wie irgendwo Sensorisch hinfange Das geht los Das geht los Was crois